Willkommen zurück bei Far Cry. So, es geht weiter. Also beim zweiten Teil, wie gesagt. Wir sind gerade hier irgendwie mit Malaria und so aufgewacht und es geht uns gar nicht gut. Und ah, da gibt es Medizin. Ah, wenn Ihre Gesundheitsanzeige niedrig ist, können Sie H drücken, um die Spritzen zu verwenden. Um eine Spritze, wie gesagt. Danach sind Sie zu 100% geheilt. Ein paar Spritzen haben wir. Drücken Sie H, um eine Spritze zu nehmen. Spitze. Oh, da ist ja nochmal einer. Hallo. Okay, hier gibt es Waffen. Das ist natürlich klasse, das haben wir natürlich kein Mal mit. Neben Ihrer Machete können Sie noch drei andere Waffen tragen. Okay. Primärwaffen, Scharfschützengewehre, Sturmgewehre, Schrotflinten. Und dann Sekundär, Pistole, Maschinenpistole, sonstige Einhandwaffen. Spezialwaffen, Raketenwerfer, Maschinengewehre, Flammenwerfer, sonstige. Einzigartige Waffen. Also im Prinzip auch, äh, da gibt's so, ja so, so wie's aussieht. So, Sie können nun eine Waffe jeder Art tragen. Im Waffenladen können Sie Ihre Waffen verbessern oder neue kaufen. Weitere Informationen finden Sie im Menü unter Verbesserungen. Hören Sie zu, Sunnyboy. In der Stadt ist die Kacke am Dampfen. Eigentlich sollte es eine Waffenruhe geben, aber das war mal. Ich arbeite für einen Mann namens Gakumba, ein Anführer der United Front. Alle meine Jungs hindern gerade die APR daran, das Land zu übernehmen. Damit bleiben nur noch Sie für die Drecksarbeit. Als erstes brauche ich das beschissene Coupé da hinten auf der Straße. Sie sehen aus, als hätten Sie mit sowas Erfahrung. Versuchen Sie, den Motor zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, Sie kommen noch zu Ihrem Wagen. Sie sehen aus, als würden Sie jeden Moment tot umfallen. Na los! Was ist das? Ach, das ist ein Fisch! Ich habe gedacht, das sind Granaten oder irgendwie sowas. Ah, hallo, danke fürs Aufmachen. Okay, wow, die Grafik ist also wirklich, ihr seht schon. Um Ihre Ziele, äh, um Ihre aktuellen Ziele anzuzeigen, drücken Sie Escape. So, das habe ich vorhin schon. Motorhaube öffnen und das Auto reparieren. Wo ist denn das blöde Auto? Drücken Sie 5, um Ihre Karte zu benutzen. Das muss man sich alles mal umdiensten merken. Drücken Sie R, um den Maßstab der Landkarte zu ändern. Mein Gott, da gibt es aber ganz schön, also wirklich. Ah, so funktioniert das. Also, es ist ja eine offene Welt hier. Drücken Sie 5, um mir 9, also, um zu schließen. Ah, wenn Sie bei der Bewegung nach vorne um Schalttaste links drücken, sprinten Sie. Ah, guck mal an, man kann sogar rennen. Mit der Umschalttaste hat man da ewig Kondition, oder wie sieht es aus? Ah, man wird auch, glaube ich, irgendwann mal schlapp, ne? Man kann nicht ewig laufen. Ne, man wird es einem sogar trimmlich und schwindelig. Aber der Hitze ist ja wohl auch verständlich, ne? Dieses Fahrzeug muss repariert werden. Drücken Sie dazu in der Nähe des Motors. Wir haben einen Schraubschlüssel, dann macht er hier zweimal zack, zack, oder? Ja, wunderbar, guck mal an. Ja, der ist ja also wirklich begabt, handwirklich, ey. Wahnsinn. Oh, wenn das Telefon klingelt, drücken Sie 5, um den Anruf abzunehmen. Hallo? Jetzt, wo Sie motorisiert sind, glauben Sie, Sie schaffen einen kleinen Überfall? Die APR hat ein Stück südlich von hier einen Vorposten. Niemand würde es je erfahren, wenn den Typen da was zustößt. Halten Sie sie aus. Also, ich darf Krieg machen. Die APR ein bisschen. Oh, guck mal, hier ist ein Navi drin. Drücken Sie W, um zu beschleunigen. Drücken Sie die Laddast und die Handbremse zu benutzen. Drücken Sie E, um das Fahrzeug explodieren zu lassen. Nein, natürlich nicht. Drücken Sie C, um zwischen Fahrersitz und der Position am Geschütz zu wechseln. Drücken Sie 5, um Ihre Karte anzuschauen. Achso, wie, wie, man kann hier, ähm, C, man kann Geschütz. Hier gibt es gar kein Geschütz. Okay, was soll's? Auf jeden Fall wird uns hier angezeigt, wo wir hinfahren müssen. Das finde ich ja schon mal nett vom Spiel. Und wir sollen jetzt hier irgendwie so ein Lager ausradieren. Und, warte mal, geht's denn hier? Nach Palas, Safehouse, Lamber. Bla, bla, bla. Und in eine Bar, das hat sich natürlich klasse an der Bar. Und bleiben auf der Straße. Ähm, wo muss ich jetzt hin? Safehouse? Ah, hier, auf jeden Fall über die Brücke hier. Okay. Oh, gigantisch die Grafik, ne? Das ist also wirklich richtig schön. DirectX 10 hat ja auch was. Klar, es ist schon moderner DirectX 11, äh, DirectX 11 haben wir jetzt schon. Und, ich finde aber, es ist kommende Grafik ja echt nett. So. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ein paar Tests lesen. Das sind die Kritikpunkte hier. So, ich würde mal sagen, wir verlassen mal das Fahrzeug. Und gehen so weiter. Waffen kann man wechseln mit dem Mausrad. Das finde ich schon mal positiv. Jetzt habe ich auf einmal... Nein! Ich habe keine Füße mehr. Aber ich glaube, der zieht sich einfach nur ein bisschen nach hinten. Weil der jagen uns ja irgendwelche Spritzen rein. Und ziehen uns irgendwelche Scheiße aus. Safehouse. Was ist ein Safehouse? Hm. Okay. So, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen in... Die STRG-Taste ist für gar nichts zuständig, oder? Bin ich jetzt schon hier richtig, oder? Ja. Ich glaube, ich bin hier richtig. Und was soll jetzt hier sein, wenn ich mal fragen darf? Aber Strotflintenmunition finde ich toll. Aber das muss ich unbedingt umlegen von... Von C auf die STRG-Taste. Ist es Dring-Taste? Da steht einer. Yes! Unser erstes wirkliches Opfer. Die andere kann man ja nicht als Opfer zählen. Da habe ich auch nicht... Wenn nicht so wirklich funktioniert. Sind wir mal welche im Haus? Hat er Munition fallen lassen? Das Ding sieht irgendwie alt aus. Oh! Den hätte ich ja jetzt fast nicht gesehen. Unterschlupf freigeschaltet. Sie haben eine Granate, oder... Ein Monotoff-Cocktail gefunden. Drücken Sie Q, um zu werfen. Das muss man auch noch umlegen auf die Maustaste. Da klingt mein Handy im Moment. Ich muss kurz rangehen. Hallo? Ich habe gehört, dass Sie den Vorposten gesäubert haben. Nicht schlecht. Ich hätte noch einen Job für Sie, aber ich will nicht, dass Sie schlapp machen. Schlafen Sie ein bisschen und bereiten Sie sich vor. In dem Haus da sind Sie sicher. Also, Safe-Häuser sind sozusagen Häuser, wo ich sicher bin. Deswegen heißt es Safe-Haus. Interessant. Wirklich interessant. Okay. Durch die Zusammenarbeit mit Ihren Kameraden können Sie jeden Unterschlupf verbessern. Hier treffen Sie Ihre Kameraden auch. Reden Sie mit Ihnen, damit diese Ihnen im Kampf beistehen. Wenn Sie verwundet werden, noch haben Sie keine Kameraden. Blöd. Ich habe keine Freunde. Ach, Mensch. Wieso nicht? Guck, hier gibt es sogar was zu essen. Reis. Kartoffeln? Wie, die haben hier Kartoffeln? Wirklich? Okay, dann schlafen wir halt mal eine Runde. Bei der Interaktion mit einem Bett. Kennen Sie auf die Uhr, auf Ihrer Uhr die Werkzeug einstellen mit D oder A? Stellen Sie das, du, bla, mit E und dann bestätigen Sie, was weiß ich was. Also, mit, äh, da kann man machen, Nacht, Tags, wo weiß ich jetzt, wann Nacht und Tag ist. Also, jetzt ist ja, ne, jetzt hätte ich 24 Stunden geschlafen. Machen wir mal 6 Uhr abends. Ach, da wird dann, ah, ein Timescreen wird da sogar reingemacht. Cool. Okay. Speichern und fortfahren. Ja. Einfach mal, oder warte mal. Doch, jetzt kann man hier einfach speichern. Okay, Spiel gespeichert. Und wir sind wieder hier. Okay. Coole Sache. Wirklich. Da kann man noch ein bisschen Munition klauen. Äh, was ist das? Sie haben Granaten und Monot of Cocktails dabei. Drücken Sie F, um durch Ihren Vorrat zu schalten. Interessant. Mit F schalten wir durch. Okay. Aber das ist ja eine Seife aus. Hier soll man ja kein Blödsinn machen. Dann muss man Kisten kaufen. Echt jetzt? Also man kann hier wirklich, das Spiel ist komplex. So, jetzt klingelt schon wieder das Handy. Wir sind aber wirklich gefragt, ne? Hallo? Sie müssen einen APR-Stützpunkt südlich Ihrer Position auskundschaften. Ein altes Holzlager. Ich will wissen, welche Ressourcen Sie da haben. Auf Ihrer Karte ist ein Beobachtungspunkt markiert. Viel Spaß. Okay. Dankeschön. Die Waffen hier, was machen wir jetzt mit denen? Kann man die nicht einlagern hier? Dann würde ich die nämlich einlagern und würde, ähm... Sie müssen Spezialkisten kaufen. Ach, das ist ja doof. Ich habe gedacht, man kann hier irgendwie die Waffen tauschen oder so. Ne, geht nicht, ne? Aber ich möchte jetzt auch keine alte Schrotflinte mitnehmen, wo nachher nicht richtig funktioniert. Das wäre ja auch nicht sinngemäß, ne? Hätte mal, da haben Sie... Da ist auch nochmal eine andere. Ich weiß nicht, ob die überhaupt richtig funktioniert. Da hat er noch eine Knarre fallen lassen. Okay, wir gehen jetzt mal zu dem komischen Stützpunkt. Schauen wir mal auf die Karte. Ach, da vorne. Ähm, wo ist denn mein Auto? Steht das hier noch irgendwo, oder? Haben Sie es schon geklaut? Ne, davon ist... Ich habe schon gedacht, ey. Hier sind ein paar angerannt hier gleich aus dem Busch und zap, 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 weg ist die Karre. Ich finde es ja nett, dass er mir ein Auto geschenkt hat. Also, ich bin sehr sozial von diesem Herrn. Und zwar kann man eigentlich nur den Seifhaus speichern. Das werde ich mal testen noch. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt wohin müssen wir? Fünf. Drücken. Geradeaus. Haben wir da durchgefahren? Ah ja. Ah, geil. Einfach mal hier. Oh. Kaputt. Okay. So, da ist jetzt noch ein Holzlager, wo wir ausschalten oder auskundschaften sollen. Also, ich sage jetzt mal, wir schießen einfach mal. Vielleicht sollten Sie den kleinen, versteckten Weg nehmen, anstatt direkt ins Lager zu marschieren. Wenn Sie ein Lager vor Ihrem Angriff ausspähen, haben Sie gegenüber Ihren Feinden einen enormen Vorteil, der den Unterschied zwischen Sieg und Tod ausmachen könnte. Was für ein Schleichweg. Ich lasse einfach mal mein Auto hier stehen. Und gehe mal durch den Busch. Also, ein Lager auskundschaften. Das werde ich jetzt mal von hier oben einfach mal machen. Drücken Sie fünf, um Ihre Karte zu benutzen. Ja, warum denn? Was ist los? Wenn Sie Ihre Karte ausgerüstet haben, können Sie Ihr Fernrohr benutzen, indem Sie Ihre rechte Maustaste gedrückt halten. Sie können damit Lager auskundschaften und nach Munitionslagern, Scharfschützenpositionen, Geschützen, Verbandskästen und Fahrzeugen Ausschau halten. Sobald Sie ein Ziel durchdrücken von linker Maustaste anweset haben, erscheint es auf Ihrer Karte. Also, wir haben hier... Guck mal an, du. Wow. Man kann sogar Versorgungssachen... Ähm, ja. Kann man sich markieren. Jetzt bück dich mal, du Luder. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt war gerade... Irgendwas war gerade grün. Da kann man sich einmarkieren. Guck mal hier. Ähm. Sie können nach Heckenschützen, Geschützen, Fahrzeugen, Verbandskästen... Ja, haben wir doch schon gemacht. Oh. Ziele aktualisiert. Gehen wir mal ran. Hallo? 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 Ich habe hier hier einen Bericht. Nicht schlecht. Sehen Sie das zugemorte Gebäude? Angeblich hält die APR da drin eine Geisel fest. Irgendein Ausländer. Gehen Sie da rein und befreien Sie die Geisel. Ich bin ja Ausländer hier eigentlich im Prinzip. So. Also gut. Kundschaften wir nochmal ein bisschen. Also man kann... Wenn man einmal, glaube ich, markiert hat, dann hat sich das erledigt. Dann sieht man auf allen Dingern hier... Oh. Das wäre doch jetzt mal eine Waffe, die man benutzen kann, ne? Hier so. Mal schauen, ob man auch was trefft mit dem Teil. So, da werden wir einfach mal... Ne, jetzt steht er gerade ein bisschen doof. Ich kann einfach mal hier hinten reinballern. Scheiße. Okay, es funktioniert. Ja, prima. Super. Okay, ich glaube, von hier oben haben wir eigentlich gute Chancen. Ein bisschen Chaos zu verbreiten. So, ist da was kaputt gegangen? Ich glaube, die sind tot, ne? Ich glaube, da lebt nicht mehr viel. Doch, da ist noch was. So, ich glaube... Den Zahn haben wir gleich. Arschloch. Ja, dann kann man das Gemüse hier... Alter. Die halten aber ganz schön was aus, ne? Also, entweder habe ich Schießen verlernt, oder die Waffe ist einfach nur scheiße. Aber ich glaube, die Waffe ist einfach nur beschissen. Weil eigentlich müsste ich in der Treffung, wie ich hier ziele. Wir gehen mal an der ran. Okay. Oh. Ich höre was. Die kommen hier hergerannt. Seid ihr doof? Jetzt verreckt ihr. Oder ich verreck. Okay, geht doch. Na, guck mal, wird da noch mehr Sinn. Man kann sie auch rausbeuten, hoffe ich. Ist das alle? Ist das, was das? Schauen wir mal, ob sie hier irgendwelche Waffen noch haben. Munition auf jeden Fall. Besonders gute Waffen haben die ja sowieso nicht. Was haben wir hier erwarten? Alter. Das ist doch... Crap. So, jetzt können wir unsere Karte nochmal rausholen. Und können hier mal durchlatschen. Gucken. Da gibt es nämlich Munition hier. Dankeschön. Du musst es dann gleich alles hier aufrüsten, oder wie ist das? So, was haben wir denn noch? Da drüben ist jetzt, ähm... Ah, auf jeden Fall ein Sanitöterkasten. Brauchen wir nicht. Wir sind voll gesund. Oh, ne, das nehmen wir jetzt aber nicht hier. Hier soll eine Geisel sein. Wo denn? Habe ich sie getötet? Ähm... Vielleicht dort drüben. Vielleicht haben sie das Haus gemeint. Okay, ich gehe mal ganz vorsichtig an die Tür und werde mal anklopfen. Hallo? Was? Okay. Okay. Vorsicht. Bitte, lassen Sie mich raus. Hoh! Was ist jetzt los? Ich glaube, ich habe Malaria schon wieder. Alter. Hallo? Wer sind Sie? Warum sind Sie hier? Sie sind krank. Sie haben Malaria. Ach, nö. Auch mal aufgefallen. Sie haben jetzt einen Kameraden. Während Sie Aufträge erfüllen, wird Sie Ihr bester Kamerad kontaktieren, um Ihnen Alternativvorschläge zum Abschluss einer Mission zu machen, wodurch Sie zusätzliche Belohnungen erhalten können. Oh. Kommen Sie ins Mike's, eine Bar. Da helfe ich Ihnen an Medikamente zu kommen, okay? Wir müssen getrennt gehen. So sind wir schneller. Okay. Ruf gesteigert. Schön. Und ich sehe gerade, hier kann ich ein bisschen speichern. Deswegen werde ich das jetzt auch gleich mal tun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaut mir wieder zu. Wäre nett. Du, du darfst jetzt gehen. Ne? Willst du nicht, ne? Willst du hierbleiben? Dann bleib noch ein bisschen. Wir können uns ja noch ein schönes Stündchen machen, ne? Ja. Okay. Bis gleich. Ciao.